Die Frau wurde ja vergewaltigt, die ist ja selbst schuld, weil sie hat ja ein Dekoté getragen. Was mir seitdem wirklich richtig, richtig krass auf der Seele lastet. Sexuell praktisch demütigen. Wie krank muss man denn sein, dass man sagt... So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute ein Thema, ein wahnsinnig aktuelles Thema, was mir seit meinem Urlaub, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück, was mir seitdem wirklich richtig, richtig krass auf der Seele lastet. Und ich habe wirklich erst mal überlegt, das nicht zu machen, weil es wenig mit Fitness zu tun hat, aber es hat sehr, sehr viel mit Social Media auch zu tun. Deswegen dachte ich, es ist so, so wichtig und besonders für mich so wichtig, dass ich es mit euch diskutieren wollte. Ganz, ganz wichtig. Ich sage euch gleich meine Meinung zu dem Thema und es gibt eben, komme ich gleich drauf, andere Meinungen. Und ich möchte es wirklich mit euch sehr, sehr respektvoll wirklich versuchen zu diskutieren und euch meine Meinung begründen. Und zwar geht es wirklich um einen Instagram-Post, den ich aus dem Urlaub gemacht habe. Ich blende euch den Instagram-Post ein. Ich mache, vielleicht ganz kurz zum Instagram, ich mache ab und an, ich mache wirklich sehr, sehr, sehr wenig, ganz, ganz wenig Privates gebe ich von mir preis auf Instagram und versuche aber auch Mehrwert zu geben, versuche mit euch wirklich Live-Snews zu machen. Und ab und zu, wenn eben etwas Privates kommt, dann ist meine Tochter einfach so einer... Mein ganzes privates Leben dreht sich um meine Tochter. Und wie gesagt, wenn es ein Bild aus dem Urlaub gibt, dann ist sie meistens irgendwo dabei, weil sie einfach... Mein Leben dreht sich komplett um sie. Aber das ist eines der wichtigsten Punkte oder einer der wichtigsten Punkte. Ich habe mich von Anfang an... War mir klar, dass ich niemals das Gesicht von meiner Kleinen zeige oder sie irgendwie in die Öffentlichkeit bringe. Irgendwie hier ist meine Tochter oder so. Warum nicht? Auch da kann es andere Meinungen geben. Meine Meinung, warum ich das so mache, ist, ich möchte erstens, dass sie frei entscheiden kann, wann sie... Ob sie in die Öffentlichkeit gehen möchte oder nicht. Sie kann jetzt nicht frei entscheiden. Ich möchte nicht über ihren Kopf entscheiden. Sie ist ein Individuum, das kann selbst entscheiden. Aber der für mich aktuell, der der größere Punkt ist, ich möchte nicht, dass sie sowohl positive als auch negative Konsequenzen davon, daraus hat, wenn man sie durch mich kennt. Also ich möchte nicht, dass irgendwie irgendwelche Spinner oder irgendwas oder auch, dass sie irgendwelche Vorteile hat, weil sie die Tochter... Ich möchte wirklich... Mein Auftrag hat mit ihr nichts zu tun. Absolut nicht. Aber sie ist eben Teil meines Lebens. Und deswegen kommen manchmal Bilder, wo man irgendwie ein bisschen Löckchen von ihr sieht oder einen Hinterkopf oder sowas. Und ich bin da sehr, sehr bedacht, eben bloß nicht sie praktisch kenntlich zu machen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. So, und dieses Bild, zu diesem Bild kam wirklich... Ich habe dieses Bild gemacht, weil man auch ein bisschen Körper sieht. Man sah ein bisschen so meine Form im Urlaub. Ich habe gut gegessen, ich habe gut trainiert und so weiter. Sagt dieses Bild. Und wie gesagt, dass ich auch mit ihr spiele und so. Das ist einfach ein... So war mein Urlaub. So, der ganze Urlaub war so. Und dann kamen sehr viele, kamen Gott sei Dank sehr, sehr viele positive Kommentare. Aber kamen wirklich viele und ich habe viele gelöscht tatsächlich. Und einen habe ich stehen lassen. Den einen zeige ich euch gleich. Und ich habe viele Kommentare gelöscht, die gesagt haben, Simon, spinnst du? Also wirklich auch leider anonyme Leute und so weiter, die habe ich dann direkt gelöscht. Beleidigen Sie, Simon, wie kann... Also ich sage jetzt einfach mal, wie kannst du bloß so ein Bild posten? Du verführst wirklich... Das sind ganz viele... Ich war völlig schockiert bis heute. Du verführst damit irgendwie Leute zu Pädophilie. Und da werden sich wirklich auch so Sachen, wo ich wirklich, wo mir schlecht wurde. Auf das Bild werden sich jetzt ganz viele einen runterholen und den der Hintern von deiner Kleinen sieht man und so weiter. Es ist ganz schwer für mich darüber zu reden, weil es eben... Das ist halt meine Kleine. Deswegen geht es gleich nicht um meine Kleine, sondern insgesamt um das Thema. Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Und dieser Kommentar, den habe ich extra stehen lassen, weil der war respektvoll und freundlich. Und geht aber auch darum, dass dieser, praktisch dieses Bild verführt dazu zu pädophilen Gedanken und landet dann in irgendwelchen pädophilen Netzwerken und so weiter. Ich kann das nicht glauben, aber auch, was ich mit euch diskutieren möchte, ich kann das nicht verstehen, wie man so denken kann, wie... Ich möchte respektvoll über die Person irgendwie mich äußern, aber ich kann diese Gedanken nicht verstehen. Wie kann man... Und jetzt, wie gesagt, geht es weg von meiner Tochter. Wie kann man... Sie hat... Es ist alles verhüllt. Ihr Popo ist verhüllt und so weiter. Und wie kann man jetzt denken, dass so ein Bild oder dass man so ein Bild nicht posten darf, weil es da draußen Pädophile gibt, die dann irgendwie schnutzige Gedanken haben. Für mich ist dieser Gedanke ganz absurd. Für mich, deswegen habe ich mir nie was dabei gedacht, weil ich will... Anderes Beispiel. Wirklich, wenn man so denkt, müsste man ja auch denken, eine Frau mit einem etwas kürzeren Rock. Ich sage nicht irgendwie nackt oder halbnackt oder irgendwas. Nein, kürzerer Rock. Und das wird wahrscheinlich auch irgendwelche Männer geben, die bereits ein bisschen Knie oder so, die das sexy finden und so weiter. Und soll man jetzt... Also ich kann diese Gedanken nicht verstehen. Es gibt tatsächlich viele, die sagen, ja, es gibt wirklich da draußen... Entschuldigung, aber es gibt wirklich Leute, die sagen, ja, ja, die Frau wurde ja vergewaltigt, die ist ja selbst schuld, weil sie hat ja ein Dekoté getragen. Oder, ja, ja, die Frauen sind ja selbst schuld, vielleicht wisst ihr noch, diese ganze Silvesternacht und diese ganze Thematik und so weiter, gab es auch viele, die haben sich ausgesprochen. Und wirklich, die Schuld für... Das ist ein Thema, was mir wirklich... Die haben die Schuld für eine Vergewaltigung... Es gibt ganz viele, auch für sexuelle Belästigung und so weiter. Gibt es wirklich viele, die dann sagen, ja, ja, was zieht die Frau sich denn auch irgendwie auf Reizen an? Und wirklich, ich meine nicht, dass sie irgendwie sexuell da, keine Ahnung, da ihre Brüste rausholt oder so weiter. Aber nein, aber wenn... Genau wie bei dem Bild. Es soll sich eine Frau nicht weiblich kleiden, weil es irgendwelche Vollidioten da draußen gibt, die das irgendwie animiert. Sollten wir nicht viel, viel, viel mehr darüber nachdenken, oh Gott, lass uns bitte etwas dagegen tun, dass es solche Fantasien gibt. Lass uns doch bitte... Hier ist doch das Problem. Das Problem ist doch nicht bei einer Frau, die sich leicht ein bisschen Dekoté zeigt oder einen Rock anzieht oder Kinder, die draußen spielen in einem Badeanzug. Wie krank muss man denn sein, dass man sagt, hier ist das Problem, ein Kind im Badeanzug am Strand rumlaufen zu lassen und nicht sich mal anguckt, was für kranke Leute es da draußen gibt, die so etwas irgendwie animierend finden und sich dann tatsächlich da irgendwie was drüber machen. Also das ist... Ich möchte wirklich darüber sprechen, weil im Social Media wird einfach auch viel, besonders im Fitnessbereich, wird auch viel der Körper präsentiert und so weiter. Und soll man das jetzt nicht machen, weil es kranke Leute da draußen gibt? Nein, man sollte doch wirklich das Problem woanders suchen. Dieses Thema Pädophilie und so ist für mich so ein unglaubliches Thema. Schaut bitte, dass ihr hier das Problem seht. Das ist doch... Mir sprengt das den Kopf, wenn man wirklich als Frau auch noch... Und das ist kein Angriff jetzt wirklich gegen die Kommentatorin, aber bitte, besonders als Frau, so etwas zu sagen, nein, 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 nein. Ein Kind darf im Badeanzug draußen rumlaufen und eine Frau darf auch einen Rock anziehen, der nicht über... Auch wenn jemand völlig übertrieben sich aufreizend anziehen will, das ist auch ihre Sache, aber nein, wir dürfen wirklich einen Minirock anziehen, wir dürfen kurze Ärmel und wenn es irgendwelche kranken Leute gibt, die bereits Knie oder ein Stück vom Bein oder irgendwie ein Stück von der Schulter irgendwie anheizend finden, dann sollten wir uns eher um die Leute kümmern und nicht die Leute, die ein T-Shirt tragen. Ich finde es unfassbar, mir hat das wirklich so... Diskutiert bitte, aber bitte, bitte respektvoll, weil das ist wirklich ein Thema, was mich persönlich angeht, bitte respektvoll, ob ihr das so seht wie ich oder nicht, weil wenn nicht, dann wirklich, dann sagt mir warum, wieso. Sollte man wirklich... Männer, die Frauen bei der Arbeit irgendwie an den Arsch grabschen und sexuell praktisch demütigen und dann sagen, du bist ja selbst schuld, du hast ja einen Rock getragen, die Frau darf sich doch bitte wohl selbst... Wer gibt dem das Recht? Das ist unglaublich. Also diese... Wisst ihr, was ich meine wirklich? Es geht dieses, wo ist der Schuldige? Wo ist der Schuldige? Die Frau ist doch nicht schuld daran, dass sie da irgendwie sexuell angegangen wird. Ein Mädel, das mit einer Leggings trainiert, weil sie sich wohl fühlt, weil sie sich weiblich fühlt und so weiter und die dann da irgendwie auf einem Heimweg beim Joggen oder so da irgendwie sexuell belästigt wird oder noch Schlimmeres oder so weiter, dann ist doch bitte nicht die Frau schuld, sondern der Mann. Und es gibt so viele, die das verdrehen und diese Kommentare gehen für mich einfach in diese Richtung. Das ist wirklich... Und es gab so Schlimme, wirklich. Ich habe die echt gelöscht und das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich sage, nee, komm, da zeigst du auch nicht mal ein Herrchen davon und so weiter. Das ist einfach wieder ein Grund dafür, dass ich einfach... Das sind so Gründe, warum ich einfach Privates so wenig und so ungern wirklich zeige, weil es eben egal, was man macht, egal, ob man ein bisschen seine Autoliebe teilt, egal, ob man irgendwie was teilt. Es gibt immer Leute, die einem das nicht gönnen oder was Böses wollen und so weiter und das ist einfach eine ganz, ganz komische Sache für mich. Und wie gesagt, besonders dieses Thema ist einfach unglaublich. Diskutiert bitte. Findet ihr das auch, und das ist jetzt von mir eine Frage, findet ihr wirklich, man darf nicht, ein Kind darf nicht mit Badeanzug auf dem Strand laufen, weil es kranke Leute gibt? Oder darf eine Frau nicht irgendwie einen Rock tragen oder ein T-Shirt oder sowas? Und weil das... Also, nee, wir sollten uns ganz, ganz dringend, ganz dringend, besonders Richtung Politik, wirklich ganz, ganz, ganz stark damit beschäftigen, Und deswegen wirklich was, ich sag mal, gegen diese... Gegen Pädophilie, gegen Leute, die die Frauen nicht wertschätzen und so weiter. Dagegen sollte man was tun und bloß nicht irgendwie anfangen, auf dieser Seite irgendwie da... Also, wo würden wir denn landen? Das ist echt... Das ist echt... Macht mich ein bisschen fertig. Diskutiert bitte. Bitte, bitte, bitte respektvoll. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Meinung. Wirklich ganz, ganz, ganz gespannt, ob ihr das anders seht, ob ich das jetzt nur so sehe. Und würde mich da freuen, wenn wir da ein bisschen kommunizieren, weil das wirklich ein Thema ist, was mir seitdem so auf dem Herzen lastet. Deswegen musste ich das jetzt einfach mal machen und ja, abonniert den Kanal, meine lieben Freunde. Bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Montag gibt es schon wieder ein Trainingsvideo. Also, für alle, die solchen Themen nicht interessieren, Montag geht es wieder weiter mit Fitnesscontent. Bis dahin, euer Simon. Montag gibt es schon wieder ein Trainingsvideo. Also, ich bin ein Trainingsvideo. Also, ich bin ein Trainingsvideo. Also, ich bin ein Trainingsvideo.